Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbauer von der Firma Eschbauer Forst & Gartentechnik. Ich möchte euch wieder einmal ganz herzlich zum Produkttest einladen. Und zwar ist es das Esche Schnelltanksystem und in dem Fall ist es das mit dem roten Anschluss. Das heißt, es gehört jetzt nicht für den normalen Reservekanister wie der gelbe Anschluss, sondern der rote Anschluss ist passend für zum Beispiel ersten Sonderkraftstoffkanister und andere Sonderkraftstoffkanisterhersteller. Die schreiben wir euch dann beim ersten linken dazu, für welche Kanister der alles passen würde. Das braucht ihr bloß draufschrauben. Wie gesagt, da passt es jetzt nicht. Und dann könnt ihr hier das lösen. Dann kann man es hin drehen, wie man es braucht und das wieder festziehen. Dann ist es in der Position fixiert, wo ihr dann tanken könnt. Ihr müsst ja bloß den entsprechenden Kanister haben. Den Aufsatz kriegt ihr ja sozusagen kostenlos von uns. Ihr müsst euch bewerben, am besten mit Video oder guten Bildern. Und was für Kanister ihr habt, dass der auch passt. Und dann werden die besten Bewerbungen ausgesucht. Die kriegen dann das Esche Schnelltanksystem kostenlos und können das testen. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn es mitmacht, euch fleißig bewerbt. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, macht es ihr gefällt mir. Liked es mir, abonniert es mir. Das würde mich freuen. Dankeschön und einen schönen Tag.